Bis vor 15 Monaten hat niemand auf dieser Erde, jedenfalls nicht der normale Bürger, gewusst, was ein Spike-Protein ist. Heute ist es in aller Munde. Das Spike-Protein ist ein Bestandteil eines Virus, welches auch verantwortlich ist für seine Pathogenität, also dass das Virus uns krank macht. Dieses Spike-Protein ist ein Protein, welches gebildet wird, nachdem genetische Substanz in uns hineingegeben wird. Also die genetische Information wird uns injiziert und dann entsteht im Körper das Spike-Protein, welches immunogen sein soll, also unser Immunsystem gegen das Spike-Protein stark machen soll. Das ist die Idee, die seit etwa 15 Monaten verfolgt wird. Wir wissen aber heute auch, dass das Spike-Protein in unserem Organismus selbst toxisch wirkt, das heißt selbst giftig ist, sowohl bei der Infektion, also sowohl bei der natürlichen Infektion, aber auch, wenn wir es künstlich dem Menschen zuführen, beziehungsweise es künstlich im Menschen produzieren lassen. Welche Auswirkungen das Spike-Protein hat, das sehen wir sowohl bei der Infektion, dass dort Lähmungen auftreten können, dass das Nervensystem angegriffen wird. Wir sehen es auch, wenn es in unserem Körper künstlich produziert wird. Auch dort greift es das Nervensystem an. Dieser Angriff erfolgt, das haben Wissenschaftler herausgefunden, über eine Vermeidung oder eine Bremsung von Aktionspotenzialen. Unser ganzer Körper besteht aus Elektrizität. Wenn ich heute hier spreche, dann ist dies letztendlich ein Ergebnis meines Gehirns, welches elektrische Signale an meinen Körper aussendet. Und diese elektrischen Signale können von Spike-Proteinen behindert, beziehungsweise gestoppt werden, was dann zu Lähmungen, zum Herzinfarkt, zu Schlaganfällen führen kann.